Hallo Freunde, willkommen zu dem neuen Projekt von mir, als Ersatz für das Coffee-Gell-Let's Play, das lässt sich bei mir nämlich nicht aufnehmen, und wir spielen Star Trek Online, wie seht ich ab, ist schon zwei Charaktere, hier, äh, guck guck, das heißt nicht, wo nicht wechseln, jetzt muss ich auch wechseln, sehr schön, und ich habe meinen Romulana-Charakter gelöst, aufgrund dass ich noch an, Platz für einen Charakter frei habe, ich habe nämlich keine 10, und ich bin nicht alleine, sondern, ihr begleitet vom, mit mir, dem Lukas, also, in dem Spiel auch, ähm, selber Bock genannt, halt, eigentlich mehr B, also von Matias und Nachbarn bei einem, okay, ja, und ich spiele jetzt, mit einem, mit einem neuen Charakter, wie der Matias, und zwar mit der Channel-Plotter, schon wieder, ja, okay, ja, Oh, was nehmen wir, da, Klingone? Nein, muss ich kaufen. Die Romulana sind, weil, als ich, da, Das ist das, da, Trill. Ja, mein erstes Schiff schaut nicht so gut aus, also, Ich nehme mich denn. Ja, wiss ich, ja, es geht. Er ist Bajorana, glaube ich. Die meine Figur im Spiel ausschauen soll, da ein paar 10 kosten, Das ist das, da, Ich nehme mich, Ich nehme mich, Ich nehme mich, Und, ich stecke, Kein Cent für eine Figur in den, Wenn, für einen Arm, Und, Wissenschaftsoffizier. Das mache ich auch. Ich bleibe weiblich. Ja. Muss ich mir, ob wechseln. Und, so, Ja, und, so, Ja, und, so, Ich bin eigentlich immer, Männlich. Und, ich nehme an, Das, weil ich finde, das schaut ganz okay aus. Ich schaue aber das, Ich schaue aber das, Wenn es gefällt mir nicht, Was sie da hat. Äh, Jorana, Ich würde ein Mensch sagen, oder? Alter, es sind Vulkane, Wem kann man ich köp? Ach, Kann man kaum. Vulkane habe ich auch schon gesehen, Ja, Das ist Pock. Also, das geht immer so gar nicht, Muss ich immer so. Ich kann ja nur eins. Ein, Ähm, Ein, l- , Ich weiß nicht. Ich finde gerade entscheidend, Würde es mir schonУ driven. Boa, Detydiaing braucht man eigentlich keine. Was ist das hier? Das kriegt hanet weg. Ohrenspitz 5 ja sehr schön, super! Ich kann nicht mehr eine storedenausend. Alien? Sollte ich mich einen alien holen? Dass es so, Alles aussehen muss. Keine Ahnung, Lieg ветrieren. Ich nehm mal einen, ist ja egal, ist ja auch egal, ist ja Kauen und Schwicherschafts-Bass und Nipp-Feld-Eder-Op-Gesand. Die One sollten wohl passen, würde ich mal sagen, nur das stört, das will man genau hinschauen. Ist ja auch immer etwas anderes. Ist ja auch egal. Ich find das schaut ziemlich kriegerisch aus. Aber ich lass jetzt mal... Oh, sieht doch wie das auch schon drin, irgendwie auch... Nein, dort wie so gibt es so ein... Einstellungsmöglichkeit. Ich glaub das ist immer ein Kopier. Äh, guck guck. Alter, ich kann nicht. Ach, los mal's bei dem. Schaut ja ganz gut aus. Mundlegende Körper-Kopfform-Option. Blick auf eine Einstellung. Ich find das passt schon so überhaupt, viel herum ändern tun wir nicht. かな. Oberweite. Oh, nöp. Etай, das passt sehr. Basis oberkörper. Ich muss mir das mal ausziehen. Wie sind wir noch? Länge des hohen Körpers. Größe des Bauchs. Nein, sicher nicht. Ich muss mich noch einmal aufschütteln, eine aus... Auf Haarschliffe. Ich bin übrigens ganz hoch der 90er Große. Ich hab jetzt auch ein bisschen ein Wiese. Und ich hab so viel zu laut gemacht, ich glaube ich. Ehrlich? Glaub ich. Ich würde mal sagen, ja, Unifu. Ich bin 1,86, Unifu. Zwei Meter breit. Rangfeindreich, eben. Also, es soll so... Ungewöhnung sein. Ich auch noch. Das nur... ... Aber... so stark... ... ... mit fertig mit F accust. Weiter auf dem Hintergrund. Ich finde die Frau zu Frau Kier. Die Frau von Kommunikator des Herstums. Das ist ja mal los. Das ist ja immer das Kapital. das das ja hochgeben sie Namen und das war und 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 Schiffsname U-U-U-U-S-S T-Bier, das klingt gut Schiffsname Vancouver Alter, seht ihr das für Schiffsname? Galileo Ist vielleicht kein schlechter Schiffsname Irgendwas Vulkanisches Fällt mir nicht ein Biografie optional Nicht vorhand Äh hoppana, nicht vorhand So, jetzt muss man noch eine Biografie Das mach ich sicher Dann wissen sie Ich hab alles Die anderen Spieler Gleich Du auch Ach, einfach nur auf Energie klicken Gleich Ich werde nicht ganz gut Ob ich jetzt die Option gibt Tutorial über Springen Nein, gibt's nicht Das ist aber Ich traue auch wieder eine halbe Stunde oder so Auszeichnungen erhalten Willkommen bei Star Trek Online Jetzt kriege ich eine Menge Auszeichnungen Nein, ich spiele ab Hier Ich brauche das Tutorial nicht Also jetzt Entschuldigung fürs Überspringen Aber ich habe das Tutorial echt nicht nötig Ich bin es Estamos Noch Angst Ich habe Somebody Eine fordliche Ja! Hund Blech Das ist Nein Richt Wie das Kind atsudes Ich bin zu einem Läsen. Ich bin zu einem Läsen. Kommst du bitte Läsen. Jimpok, der Chancellor des High Council, hat Diplomation für den Tipp eines Blades verwendet. Nur in der Krieg, Jimpok sagt, ist ein Klingon wirklich ein Klingon. Die Föderation hat sich um seine Allianz mit den Klingonen geholfen, aber die Krieg war inevitable. Da haben wir ein bisschen durch den Klingel geholfen. Ich würde mir sagen, das war so ein kurzes Intro und Zusammenfassung. Leider in englischer Sprache. Willkommen bei Star Trek Online. Heute ist Graduation. Und Sie werden bald in den Trainingsflug antreten, bei dem die Besatzung zum Großholzkatheten besteht. Jaja, interessiert mich. Hoffentlich bleibt das jetzt in Dus, weil ich muss gar in den Soundoptionen was umstellen. So. Jaja, hilf mir darum, der GV im Braugenat. Geh er. Ja, ja, ja. Äh, Carti hat sich angemeldet. Heiße ich noch. Nie mal Carti. Jep. Die meine Name. Ja, ja. Ja, nein. Ich lass Dinko Rollkort ab und steckt bis das Umfeld. Das Intro kannst du glaube ich überspringen mit Escape. Ah, das ist das mit dem Spock, gell? Ja. Das habe ich schon auf YouTube angeschaut. Ja super, ich kann da nicht ewig warten. Mal schauen, Inventar. Ich würde sagen, wir sind perfekt ausgerüstet. Wir haben keinen Schutzanzug, wir haben nur einen Schutzschulkanei-Waffen. Und drei Hydrospray, super. Wo ist das Galileo? Leichter Kreuzer, sehr schön. Wir werden auch so schnell wie möglich auf, wie heißt das, Forschungsschiffe umstehen? Äh... Naja. Kein Offizier. Kommst du jetzt oder nicht? Das Intro ist super. Alter, ich kann nicht ewig warten. Ja, du hast auch angeschaut. Ja, ich hab's angeschaut, was herzang muss. Okay, kurze Zusammenfassung, was da im Intro passiert ist. Ähm, die Sonne von Romulus ist explodiert. Also gut, also ja, Romulus ist aber jetzt vernichtet worden. Und die Romulaner finden es ja nicht so Premium und haben seinen eigenen Planeten geschnappt. Die Föderation unterstützt sich, jedoch sind die Klingonen dagegen. Und jetzt tun wir halt ein bisschen Zoff mit denen. Und wir wollen uns alle loswerden. Kurzgesagt. Aber die alten Feinde ist Dominion, baut sich wieder auf. Beziehungsweise probiert zurück zum Kehren. Und... Es ist also die grobe Zusammenfassung. Und wir haben den Auftrag, das alles zu verhindern. Der Container, dass sie fangen jetzt an. Und ich habe schon fast gedacht, sie hätten vergessen, welcher Tag heute ist. Meine Antwort, wie könnte ich? Ich habe mich doch jeden Tag des letzten Monats daran erinnert. Haben sie einen Auftrag? Natürlich, ich war der erste Mal. Oh, bevor ich es vergesse, ich glaube, Ratsky ist der Freund. Einladung für dich. Einladung für die Hilfe, da sprechen sie mit Kadett Ratsky. Weiter. Jetzt, Kadett hat noch zu sprechen. So ist es. Kadett Ratsky. Ich bitte, ich möchte den Tag, dass sie... mir hierbei geholfen haben. Und für all die anderen Male. Ich habe immer zu Ihnen aufgeblickt, Tepir. Ich hoffe, die Sternenflotte weiß ihre Daten zu schätzen. Welches Schiff ist nun das ihre? Mein neuer Post wird mir noch nicht zugewiesen. Aha. Good luck. Bevor wir die Anweisungen an den Lieutenant Farren bekommen, Sie sollten sie mit der Sprache finden. Sie wollten sie mit der Sprache finden. Sie wollte nur auf der Flachweg. Sie ist einfach auf der Flachweg. Sie wartet durch. Sie sollten hier oben den Weg entlassen. Sie finden sich halt jetzt die Frege. Sie finden sich halt jetzt die Frege. Ich probiere mich dann gewöhnen, alles vorzumlesen. Wo bist du denn vor? Keine Ahnung. Hallo. Du bist tot. ...empräden. ...dann! gently confl expected проп bl kedpern dar. Ja, es war gut, dass ihr mich dazu ermutigt habt, den sprachlichen Test erneut durchzuführen. Ich hätte die ursprünglichen Resultate akzeptiert, obwohl ich an dem Tag nicht gut drauf war. Mein Wert hat sich um 12,8% beim zweiten Versuch verbessert und liegt nun in meinem Normalbereich. Naja, nun kann er. Nun kann ich es auch als Wissenschaftsoffizier, als auch als Kommunikationsoffizier dienen. Morik möchte sie auch sehen, er ist dort vorne auf dem Weg, lebe lang und glücklich. Ich hab das Gefühl, dass du hierher bist. Ich hab das Gefühl, das ist glücklich. Ich hab das Gefühl, dass ich jetzt mal entspricht. von der reihe dabei die bestätigen simulation strikt das sind sie uns schon aufgeregt sobald wir den trainings abgeschlossen haben sind wir voll einsatzfähig wenn ich ja einsatzfähig die jahre alle alle es sind die mitgeberte dieser dritte Okay, ich habe den Salon nicht mal gelesen, wie es aussieht, dass ich ihn mal lesen kann. So, war Herr Umlauf, bist du unkoll? Wie ist denn der Fähre? Guten Tag, das kann ich für Sie tun. Ich habe eine komplette Assignment-Liste hier. Ich kann Ihnen die Pfiff und die Position verraten, tipp hier. Allsehen. Na nun, hier ist die Vermeer, dem zufolgen, dass Sie bei Captain Dagard vorstellig werden sollen, es in dem Büro direkt hinter Ihnen. Sie müssen sich schon ihn fragen, dass Sie bei Captain Dagard, Dagard. Ich habe immer Dagard zu, oh Gott. Kann ich mal lesen. Ich darf das was für sie? Komm! Cadett? Ah, Tenopulana. Cadett. Ich habe schon. Ich folge deinen Prozess hier an der Akademie. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Das habe ich. Ich habe im Vorsicht hier an der Akademie verfolgt. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Dankeswerd. Ich schaue nur auf deine finalen Test-Score. Aber ich sehe nicht deine Resulte für das advanced Phaser-Training-Programm. Ich habe mir einfach aus... Der Korps hat in großartig, von der Klasse, diese Kurse studiert. Ich will, dass alle in meinem professionell Studenten es jetzt nicht besitzen können. Und ich möchte gute Resulte sehen. Keine Erachtensweise. Nicht einmal für die Person, die ich zu meinem erstes Offizier mache. Ich habe es erst auf die Akademie. Wie gesagt. Ich habe es mir genau angeschaut. Aber ich habe es mich nicht zu angebotet gemacht. Ich habe es mir nicht zu angewunder gemacht, wie es zu gehen. Das Spiel steht groß als auf Schrift und aus Englisch, also leid leigt es Englisch bitte, ich mag mir etwas vorlesen. Das ist das größte Teil der Zeit, bla 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 bla. Sie selbst ist doch eine exzellente Kathentin für den Posten. Es wäre eine Entscheidung zwischen Ihnen und ihr hinausgelaufen. Wäre da nicht Ihr ein problematisches Führungszeugnis? Ich sage Flores, dass Sie im Quartier treffen sollen, besprechen Sie mit ihr um das FASER-Training zu beginnen. Sie dürfen gehen, Kathett. Ich sage Flores, dass Sie im Quartier treffen sollen. Besprechen Sie mit ihr um das FASER-Training zu beginnen. Sie dürfen gehen, Kathett. Ja, 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 ja ... Blablablablablablablablablablablablabla. Absichtlich der Toril wird es in der Zeit von einem Stunde drauf gehen. Ja, ich bin schon ... Ja, 20 Minuten, sind sie vorbei. Ich habe den Taktischen Offizier eingestellt, genau was ich wollte, und sie, Captain Taggart, wollte mich unter seinen Sinn und Mitgliedern, und ich muss das Westerdringen fortgeführt, denn er ist bestehend. Ich dachte, sie sei voll ein Extrapolus, jeder weiß, dass Captain Taggart immer das Beste von seinen Leuten verlangt. Ich bin schon auf. 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 Ja, ja, du musst das Zeiger nicht vorlesen. Okay, ich soll es schaffen, dass es schon los geht, ich bringe sie zum Holotip und breite sie vor. Grüße. Geh weg. Was, geh weg? Geh weg, wir sind auf. Echt? Ja. Ich bin schon auf. Ich bin schon auf. Ich bin schon auf. Okay. Ich bin schon auf. Okay. Ich bin schon auf. Was ist der erste Runde? Ich bin schon auf. Ich bin schon auf. Du hast ja schon auf. Ich bin schon auf. Ich bin schon auf. Ich bin schon auf. Okay. So, ich hab kurz gewechselt. Ich hoffe, Holodeck 2 ist dein glücklicher Holodeck. Phasers sind in den Lockern bei den Holodecks. Sie laden einen da. Sie können sich dort bedienen, bevor wir auf das Holodeck gehen. Ich brauch keinen Phaser, weißt du? Ich mach alle mit der Hand fertig. Probier nur Leben. Ne, 200, das Wissenschafter verziehen. Das passt ja schon. So. Wieso darf ich einen Raumschiff nicht auswählen? Ah, wieso denn nicht? Na, endlich erworfen. Mal was gescheitzt. Ich will Raumschiff haben. Entschuldigung, du bist mir zuerst der Level steigen. Echt? Ach so, ich muss erst mit dem Raumschiff abstehen. Ja, das hat alles wegen des... ...mit dem... ...mit dem Pox oder so. Eigentlich gut, ja. Das Tutorial überspringen. In der Wege. Oh, Klingonen! Husch! Verbiest euch. Sekundärerfeiermodus. Habe ich nicht? Doch, habe ich schon. Geh weg. Geh weg. Ich muss sagen, der ist jetzt nicht kurz schwer, der... ...der Übungsmodus. Den haben wir nicht einmal zurückgeschossen. Simulation. Ja, das ist ja. Hehehe. Well done, Cadets. You're not gonna break the Academy record. But your score was more than satisfactory. Absolutely. I have a new First Officer. Congratulations. Yes. You should be proud of your accomplishments here, Cadet. You have a promising career ahead of you in Starfleet. Boah, ich danke Sie. Es ist mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Huh? First Officer, way to go! Just a little jealous, I'll admit. At least now you'll get to boss us all around like you've always wanted. Erster Offizier, nicht schlecht. Und können Sie uns eben kommentieren, wie Sie sich immer von... ...wäh, hier. Sehr schön. So, let it go to your head, buddy. You'll do great. But we should head up to... ...for to read it. You'll have to pause it, buddy. It takes a long time. And... You really? We have so much time. Now hear this. All Cadets report to Shuttle Bay to prepare for departure. Yeah, yeah, yeah. All Cadets melden sich in the Shuttle Bay. And they have all... Vulcans. One moment. All the seniors are waiting by the bar. Well, I know Vulcans don't get... We should do the missions, but together. What does that see? You, what? You have to go over to the ship. Because it's not. You have to say again, while you're not up at the ship. Let her be getting... Over in the last four years, I had ever been able to say blah 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 blah. Cadets weiter motivieren. As ather Offizier is logistically, that I am best possible to explain how your requests are available. I am Vulcania, super. Cadets machen座. Mit mir als Ihrem Commander wird diese Monster physizienter und effektiver, aber ich erwarte nichts von Ihnen, was ich nicht so bereit bin zu tun. Ein Glas für die Abschlusskarte von 2400 Minuten erheben. All Cadets, please board your shuttles. Allungsimmets und Cuttle. Mit der Koffizipel, ja, ja, auf geht's, mach den Schiff. Erstmal Sequenz genießen, die Gebo trink. Ich kann es nicht glauben, dass wir es endlich angehen. Wo fahren Sie sich das einmal an? Ja, ja, Raumstation. Die USS Vesta, das erste Schiff ihrer Klasse. Sie ist erfügt über die Hilferrichtungen für Subsysteme, eine 750 Mach-Tag-Mekru- und Hilffaser-Karole und sogar eine Quantenfeld-Fokuss-Steuerung. Ich kann es kaum erwarten, dass eines Tages die Befehl ist. Aber hier ist unser Schiff. Da ist unser Schiff, das ist super. Miranda-Klasse, 200 Crew, 200, 200, Waffen-Zweckung, Average Speed, Warp 5.0. Warp 5, was? Sie ist ein schweres Schiff, aber ich glaube, ich mag sie. Hm. Wir sind der letzte Schiff, wir müssen sofort auf die Brücke. Ja, mein Schiff, Pfoten weg, gern mir. Ah, ich weiß was, wenn ich das lesen möchte, dass es passieren und die Leute, die auf der Mobilfahre noch mal durchgehalten sind. Oh, nein. Name und Position. Ich habe ein Rekord hier, Sir. Oh, nein. Mit Captain Takt. Oh, nein. Mit Captain Takt. Oh, nein. Das alte Tutorial wird irgendwie angenehmer. Oh, nein. Sehr gut, Nummer 1. Geh, das Schiff ist hässlich. Ich mag auch anders. Ach, das wird sich alles neu ergeben. Der Impuls geht viel schneller. Also, ich würde da immer mit Impuls. Ausfliehen. Äh, das Schiff ist verschwunden. Sehr schön. Ach, die Schiffsanimationen von der Brücke war kurz weg. Wir sind aus dem Trocken-Dock, Captain. Gut. Ich beginne mit etwas einfaches. Set den Kurs für Holgren. Kurs gesetzt, Sir. Angriff? Alter, der deutsche Synchro ist sowas von... ...behindert. Das heißt, Energie nicht angriff. Pfff. Und ich habe keine Angst. Ich habe eine Strecke von der SS Breakeven. Audio nur. Breakeven! Schauen wir es, Tavrell! Das ist der SS Breakeven! Wir haben überhaupt nicht ausgeführt. Wir brauchen Unterstützung. Ja. Let them know we are on our way. Potter, lay in a rendezvous course. Ender the course for 3 minuten. Spotter room, prepare to be more survivor survivors. Sir, sensors can't read anything in the vicinity of the break here. The communication is also out as well. Super, keep trying to hail them to Vral. Number 1, let's discuss the situation. Pfff, we should have to talk about the situation. Any flier. You heard the distress call number 1? What do you think we should do? Absolutely not. We are the closest ship to the break even. So it's our duty to assist. Good. What do you advise? We don't have that kind of time, number 1. I agree. Floyers, raise shields. Number 1, get down to the transport room. You all over... Okay friends, we'll do the next time. Hold on. Hold on tight. Uh, Lukas, you have to say something. Yeah, then look, I'm sleeping a bit. Super. I'm just in the fight. Yeah, yeah, don't spoil it. We don't, you know. No matter how long. We're not sitting here. We're going to jump on tight. And we're going to do that. Vielen Dank.